Liebe Damen der katholischen Frauenbewegung, ich begrüße euch ganz herzlich aus unserer Kirche. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese schwere Zeit bald hinter uns ist und wir uns wieder treffen können, wieder miteinander beten können, miteinander singen können, miteinander Kaffee trinken können und lachen können. Darauf freue ich mich. Liebe Schwestern, liebe Damen, eigentlich habe ich schon alles gesagt. Ich möchte nur, dass auch im Namen von uns allen Priester, im Namen unserer Lazaristengemeinschaft, Sie alle begrüßen und diese Hoffnung von unserer Seite äußern, dass wir uns bald in der Kirche, im Gemeindezentrum treffen werden, um gemeinsam zu beten, gemeinsam zu singen, gemeinsam zu plaudern und die Vize erzählen. Ich möchte Ihnen ehrlich gesagt, ich habe schon Sehnsucht nach dieser Mittwochmesse. Herzliche Begrüßung von uns allen und Sie bleiben besonders in dieser Zeit, aber auch immer in unserem Gebet. Feinstill und wir kommen August 13.